Ja, ich denke, dann übergebe ich das Wort gleich der Karin, der Markus hat sich so schön anmoderiert. Schön, dass du es geschafft hast und dann überlasse ich dir die Bühne. Vielen Dank. Herzlichen guten Tag, Grüß Gott von meiner Seite. Pardon für die paar Minuten Verspätung, aber es war das Parkhaus etwas schwer zu finden. Moment, jetzt sind wir da ein bisschen zu weit weg. Die Thematik, dann zuerst noch ein Servus an den Markus, wo immer ja gerade im Äther herumschwirrt. Vielen Dank für deine liebe Anmoderation. Die Rede auf Arabisch, die hat einigen Eindruck auch bei dir hinterlassen. Ich werde heute ganz auf Deutsch sprechen, in deutscher Sprache rund um Energiewende, Energiepreiskrise, in der wir uns befinden und möchte zu diesem Zweck einen Rückblick machen, warum der Preis da ist, wo er ist im Erdölbereich, im Erdgasmarkt und auch, was die Energiewende bedeutet mit Ausbau von Atomenergie und der erneuerbaren Energien. Die Weltuntergangsstimmung, es ist geradezu eine Anbetung der Apokalypse, vor allem im deutschsprachigen Raum, wie ich beobachte. Ich lebe seit einiger Zeit in Frankreich und dort ist diese apokalyptische Stimmung glücklicherweise nicht unter uns. Aber immer wenn man in den deutschsprachigen Raum zurückkehrt, spürt man das ganz, ganz stark. COP26, das 26. Vertragstreffen der Staaten, die sich der Pariser Konvention angeschlossen haben, die sie ratifiziert haben, ist vor 14 Tagen zu Ende gegangen, ohne großen Durchbruch, aber auch ohne großes Desaster. Es hätte auch wie in Kopenhagen 2009 zu einem Patt kommen können und zumindest wurde, wenn man es diplomatisch betrachtet, ein Konsens, ein echter multilateraler Konsens erreicht und sozusagen die Implementierung nimmt ihren Fortgang. Die Frage, die man sich vor diesem Winter, in diesem Winter gestellt hat und jetzt ganz besonders intensiv hinterfragt ist, wie wird das Wetter? Wird es ein besonders kalter Winter? Also Meteorologen, die so Jahrhundertprognosen machen, haben bereits in den Raum gestellt, schon im Spätsommer, als wir alle noch in der nordwestlichen Hemisphäre sozusagen einen sehr schönen Indiensommer, einen Altweibersommer erleben durften. Dieses Wetter wird vieles als Faktor mitbestimmen, wie es mit dem Erdgaspreis weitergeht. Von allen Rohstoffen, die in diesem Jahr ihre Wolken nach oben geschlagen haben, ist der Erdgaspreis derjenige, der alle anderen abgehängt hat. Das Erdöl ist nicht in dem Umfang, egal welcher Sorte, gestiegen wie beim Erdgaspreis. Hier haben wir also teilweise plus 150 Prozent in einigen Staaten die Weitergabe und bei Strompreisen um plus 60, plus 90 Prozent mehr von einem Monat auf den nächsten. Womit hat das zu tun? Es gibt viele Gründe dafür. Sie haben vielleicht gehört, in den letzten Monaten, als dieses Thema ja alles dominierte, wurde immer wieder darauf hingewiesen, die Erdgaslager sind nicht so voll, wie sie sein sollten. Es ist noch nicht Winter und sie sind nur zu 70 Prozent, 65 Prozent wie auch immer voll und nicht zu 90 Prozent. Das war das eine Thema. Das andere aber, das ein bisschen untergegangen ist in der Debatte, ist der Erdgaspreis, der traditionell dem Erdöl folgte, das war sozusagen die Praxis, tut das nicht mehr in dem Umfang. Der Erdgaspreis ist selbstständiger geworden, das schon seit geraumer Zeit, weil der gesamte Erdgasmarkt als solcher seine Eigendynamik entwickelt hat. Das liegt an technischen Entwicklungen, wie der Verflüssigung von Erdgas, die ja schon vor 20 Jahren kommerziabel wurde. Das liegt aber auch daran, dass aus langfristigen Lieferverträgen ausgestiegen wurde und hinein in kurzfristige, in Spot-Market-Geschäfte. Und das vor allem eben auch unter den europäischen Abnehmern. Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum der Erdgaspreis diese heftige Eigendynamik entwickelt hat. Und das ist eine Krise, die nicht nur Großbritannien im Moment schwer erschüttert, wo wir bereits eben den Kollaps vieler Energienahversorger sehen, Liberalisierung, kleinere Energie, Erdgasvertreiber, die entstanden sind, die einfach diese Preise nicht mehr weitergeben können. Erst heute hat wieder einer die Insolvenz angemeldet. Es ist eine Krise, die zieht sich quer durch die Europäische Union. Es ist auch in Japan und in China eine Erdgaspreiskrise. Und die Folge von all dem ist, dass King Cole, der wesentliche Energieträger mit Beginn der industriellen Revolution Mitte des 18. Jahrhunderts, King Cole ist wieder da. Und er ist es ganz besonders in Deutschland, wo mit dem Rückzug aus den Energieträgern des nuklearen Bereiches immer stärker in Kohle hineingegangen wurde, weil auch die Erdgaskapazitäten teilweise fehlen. Also man muss sagen, 14 Tage nach dem Vertragstreffen von Glasgow verpufft schon so manches, weil vielleicht erinnern Sie sich, in der letzten Nacht war ein Thema, Dissens, auf Englisch, Phasing Out, also Ausstieg aus Kohle oder Phasing Down, ein Reduzieren von Kohle. Man hat sich geeinigt auf ein Phasing Down, war vor allem auch so von Indien erwünscht, Indien diesmal als Stimme des Südens im weitesten Sinne. Und wir erleben gerade weder ein Phasing Out noch ein Phasing Down, sondern Kohle ist da wie schon lang nicht mehr. Und die Kohleemissionen sind ganz besonders in Deutschland stark, aber auch in der Volksrepublik China, wo Kohle immer noch zu über 60 Prozent im nationalen Energiemix mitbestimmt. Seit bereits in den letzten zwei, fünf Jahresplänen, also ab 2012, 2013, hat man sich in der Volksrepublik China auf eine Reduktion von Kohle im Energiemix geeinigt. Aber Kohle ist immer noch günstig, vorhandenbar und Stromgewinnung aus Kohle ist ein wesentlicher Faktor für den chinesischen und auch für den indischen Energiemix. Die Rohstoffe sind alle im Laufe dieses Jahres stark angestiegen. Jeder einzelne Rohstoff hat seine unterschiedliche Ursache dahinter. Ich will jetzt nicht auf alle eingehen, sondern mich vor allem auf Erdöl und Erdgas konzentrieren. Aber auch auf jene wesentlichen Metalle, die wichtig sind für die Umsetzung der diversen Photovoltaikambitionen und anderer Bereiche, die die Rohstoffe brauchen. Also ich sage immer, es gibt keine unschuldige Energie. Jede Form von Energieversorgung benötigt ihre Rohstoffe und hier wird einfach auch vieles ausgeblendet, nicht erkannt in der Energiewende, wenn es um die notwendigen Rohstoffe geht, die für die Photovoltaik beispielsweise wichtig sind. Hier ein Zitat des saudischen Ölministers, der es auf den Punkt bringt. Das Problem ist nicht das Erdöl im Moment. Es ist eine Gasfrage. Es ist eine Frage von LNG, von Flüssiggas, von Kohle und vor allem der Verfügbarkeit von Elektrizität. Und Verfügbarkeit im Sinne auch von Leistbarkeit von Elektrizität. Das, was wir erleben in der Debatte, ob Fachdebatten oder veröffentlichte Meinung ist, ein Blame Game, also eine schwarze Peter-Karte zuschieben, vor allem in Richtung Erdölproduzenten, Erdgasproduzenten zu sagen, ihr müsst mehr produzieren, ihr müsst billiger produzieren und siehe auch eben die Öffnung der strategischen Petroleumreserve letzte Woche durch die USA im Gleichklang mit einigen anderen Staaten. Meines Erachtens war das nicht das Thema, um das es wirklich ging. Die Volatilität, die im Namen der Pandemie die Erdölmärkte beutelt, seit Frühjahr 2020. Negativpreis, damals auch interessant ist Aussage von US-Präsident Donald Trump. Trump hat im April 2020 an die Adresse der OPEC und V der Arabien vor allem gesagt, hört sofort auf, Erdöl zu produzieren oder wir liefern euch keine Waffen mehr. Also das war wirklich ein Paradoxon, aber dieses Zitat sagt alles aus, wo der Ölmarkt im April 2020 stand, er war im Negativen, die Ölhändler mussten für die Terminkontrakte, für die Futures, die damals eben das Aprilgeschäft betrafen, im Verkauf von Erdöl zahlen, anstatt eben Geld einzunehmen, weil der Preis für eine kurze Zeit, aber dennoch ins Negative gefallen war. Der Preis hat sich im Jahr 2021 um 25% im Frühjahr über den Sommer hinein erhöht. Manche rechneten bereits bis Jahresende mit einer Preisspanne bei 100 als Durchschnittspreis. Das sind wir nicht. Der heutige OPEC-Basketpreis ist im Vergleich zu vorgestern gefallen um 4 Dollar auf 70 Dollar pro Fass und ist damit um ein ganzes Stück niedriger als noch vor einer Woche, als wir uns in der 80-Dollar-Grenzspanne, 85 Dollar pro Fass bewegten. Was ist der Hintergrund, dass wir heute an diesem 1. Dezember wieder in einer Abwärtsbewegung sind? Die neue Virusvariante, die zwischen Donnerstag und Freitag die Öffentlichkeit gebeutelt hat, von der man noch nicht weiß, wie genau entfaltet sie sich. Sind wir zurück zum Ausgangspunkt von März 2020? Wie geht es weiter? Also hier ist einfach eine gewaltige Unsicherheit. Und die Frage ist, wie wird das Wetter und wie krank ist die Welt? Und diese Fragen sind gegenwärtig sehr, sehr schwer beantwortbar. Aber ich werde trotzdem versuchen, einige Richtungsanweisungen für die mögliche Antwort zu geben. Es ist ein turbulenter Herbst. Ich habe beim Betrachten des Erdölpreises in Vorbereitung für heute allein in diesen zehn Tagen, also Preisbewegung gesehen, die an die Achterbahn erinnern. Es sieht fast so aus, als hätte der Ölmarkt Malaria, Fieberschübe, dann wieder kalt, heiß. Also es ist eine Preisbewegung, die sich zwischen politischer Marktintervention, Öffnung der strategischen Petroleumreserve durch die US-Regierung und Virusmutation bewegt. Und eines muss man immer mitdenken bei diesen Preisproblemen. In der Erdölindustrie, der Erdgasindustrie sind wir nicht bei Halbleitern, bei Chips, wo man innerhalb von einigen Monaten eine Produktionsstätte vielleicht auf die Beine stellen kann. Auch jedes Photovoltaikpanel lässt sich schneller planen, umsetzen und dann vielleicht in Produktion und in den Verkauf gehen. Für einen Kapazitätsausbau Erdöl und Erdgas sprechen wir von einer Periode von fünf bis sieben Jahren und natürlich von gewaltigen Mitteln, die im Moment fehlen. Auf diese Unterinvestition werde ich auch noch eingehen. Die Erdölkonzerne, egal ob wir von den International Oil Companies, also den großen Börsennotierten wie BP, Beyond Petroleum, Total Energie oder anderen sprechen, oder die National Oil Companies, Saudi Aramco, Sinopac und so weiter, sie alle machen immer noch ihr Geld mit Big Oil, also Big Oil, Big Money. Keiner dieser Konzerne, auch nicht Beyond Petroleum, BP, also aus British Petroleum, wurde schon vor über 20 Jahren Beyond Petroleum. Alle Erdölkonzerne verstehen sich heute als Energiekonzerne. Die gesamte Marketingmaschinerie geht schon seit Jahrzehnten eigentlich in diese Richtung. Wir sind alle grün, wir sind alle an Erneuerbaren interessiert und investieren. Ja, das tun alle, aber das Geld wird immer noch im Erdöl- oder Erdgasbereich verdient. Und das ist nicht zu unterschätzen. Gilt gerade auch für British Petroleum, pardon, jetzt habe ich den Freudschelfehler gemacht, Beyond Petroleum, das sich ja nicht mehr British Petroleum nennt. Die haben im letzten Quartal Überschüsse von 500 Millionen Dollar erreicht, gerade weil eben der Erdölpreis so angezogen hat. Die Angebotsfrage, mit der wir uns in dieser Preisthematik ja bewegen, ist, das OPEC-Plus-Treffen, das jetzt in diesen Stunden stattfindet, das auf morgen Vormittag ausgedehnt wurde, kurz zur Erwähnung, OPEC-Plus, das sind die 13 OPEC-Staaten plus die 10 wichtigsten Nicht-OPEC-Förderstaaten. Dazu gehört natürlich die Russische Föderation, dazu gehören auch Staaten wie Katar und andere, die nicht bei der OPEC sind, Golfstaaten, haben sich im April 2020 auf eine gewaltige Redaktion ihrer Fördermenge geeinigt, nämlich um 10 Millionen Fass. Von 100 Millionen Fass pro Tag reduzierte man auf 90 Millionen Fass im Frühling 2020. Dieser Effekt verpuffte, wie gesagt, der Preis zog damals ins Negative. Am 1. September hat man sich darauf geeinigt, dass man täglich jetzt pro Monat immer 400 Fass pro Tag sozusagen mehr auf den Markt geben wird. Und es war erwartet, dass die OPEC-Staaten vielleicht diese Menge ausdehnen würden. Aber ich glaube, die OPEC-Plus-Mitglieder sind gut daran beraten, nicht die Fördermenge stärker anzuziehen, vielleicht sogar auch zu stoppen. Wir werden sehen, was bei diesem Treffen heute, zwischen heute und morgen herauskommt. Aber die Befürchtung ist groß, dass man wieder mit einem Überangebot dasteht. Und diese Furcht vor einem Überangebot hat die OPEC schon mehrfach gebeutelt. Ich glaube, jeder, der unter den Ölministern jenseits der 50 ist, erinnert sich noch an das Überangebot der 80er Jahre und den damaligen Preisverfall, der sich dann fast 15 Jahre lang bewegte. Und wir hatten nur zur Erinnerung vor 20 Jahren einen Ölpreis pro Fass von 10 Dollar. Dieser Preis, ein Buch, also von letzten Donnerstag, Freitag. Emotionen, Ängste, Sorgen. Und die OPEC-Plus-Staaten sind von ihren Halbjahrestreffen, also normalerweise war es Juni und Dezember, jetzt zu einem monatlichen Minister-Monitoring gewandelt, plus den vielen anderen technischen Treffen, die noch hinzukommen. Und das ist auch Ausdruck dieser Volatilität, in der sich einfach alle befinden und mit der alle irgendwie umgehen müssen. Also man betreibt eigentlich Mikro-Management, was nicht die Aufgabe der OPEC-Ministertreffen ist. Gut, sie finden heute via Zoom statt, aber trotzdem. Es ist einfach kein langfristiges Planen, weder für Produzenten noch für Konsumenten und so weiter, möglich. Zu den Preisbelastungen kommt auch der Emissionshandel, der gerade in Deutschland jetzt mit der neuen Regierungsbildung auch eine Debatte war, inwieweit sind hier deutsche Unternehmer, deutsche Haushalte stärker belastet? Wie halten es die Nationalstaaten mit den Emissionszertifikaten? Wie geht es hier weiter auf EU-Ebene? Diese Frage meines Erachtens ist eine hochpolitische, nämlich politisch wirklich im engsten Sinne dieses Wortes, nämlich gesellschaftspolitisch. Was kann ich meiner Bevölkerung zumuten, anpreisen, anbelastung? Die globale Energietransition, in der wir uns befinden, oder auch Dekarbonisierung genannt, ist in erster Linie meines Erachtens eine Frage der Verfügbarkeit von Technologie und Investitionen. Wir haben, wie gesagt, eine sehr, sehr starke Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage in diesem Jahr. Die USA haben sozusagen ihre SOS an OPEC Plus geschickt. Wir möchten mehr, wir möchten billigeres Rohöl auf den Märkten haben, eine politische Marktintervention. Die Internationale Energieagentur, die der US-Regierung sehr, sehr nahe steht, administrativ zu OECD in Paris gehört, fordert sehr, sehr viel von den Energiekonzernen, aber hat zeitgleich hohe Zweifel an der technischen Einsatzfähigkeit, was die Techniken der Erneuerbaren anbelangt. Vielleicht auch nur ein kurzer Satz noch zu dem IEA-Bericht vom Juni, der viel Furore machte. Da wurde klipp und klar ein Totalausstieg aus allen Fossilen, inklusive Erdgas, gefordert, weil ansonsten auch wieder Anbetung der Apokalypse. Und das waren Forderungen, worauf damals beispielsweise der saudische Ölminister meinte, dieser IEA-Bericht sei so etwas wie La La Land, also eine etwas abschätzige Betrachtung der IEA. Aber jetzt, wenn man die IEA-Forderungen wieder sieht, geht es in eine völlig andere Richtung. Also auch hier hat man manchmal das Gefühl, die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut. Diese Transition, diese Dekarbonisierung muss passieren im Gleichklang mit der Energieversorgungssicherheit, mit einer Leistbarkeit von Energie. Und das, was wir derzeit haben, das ist meine Kritik, die ich immer wieder hochgebracht habe, ist, wir haben eine Klimapolitik, Klimapolitik, in der die Energiepolitik annex ist. Und meines Erachtens müsste es umgekehrt sein oder anders sein. Wir bräuchten eine Energiepolitik mit einem sehr, sehr wichtigen Volet namens Klimapolitik. Aber ich kann nicht alles unter dem Titel der Klimapolitik dann subsumieren, weil da bleibt die Energieversorgungssicherheit auf der Strecke. Und damit sind Standorte, sind Haushalte, sind konsumentengefährdet. Und das ist die große Sorge auch jetzt vor diesem Winter sozusagen. Wie wird das Wetter? Wird es besonders kalt? Könnte es zu Energieunterbrechung kommen? Könnte die Energieversorgung nicht mehr sichergestellt sein? Die Verfügbarkeit von Metallen und anderen Rohstoffen, ich habe das vorhin schon angesprochen, aber auch was ganz, ganz entscheidend ist natürlich, das Konsumentenverhalten. Das ist ein Thema, das natürlich auch immer wieder hochkommt in den Protesten, in der veröffentlichten Meinung. Und hier nur zur Erinnerung, es geht um 25% Essverhalten beim ökologischen Fußabdruck. Dann kommt die Energieversorgung im Haushalt und erst dann die gesamte Mobilitätsfrage. Also das verschiebt sich sozusagen in andere Richtungen. Und ich darf auch kurz daran erinnern, die Textilindustrie, war auch Thema in Glasgow, verursacht mehr Emissionen, wenn es um CO2 geht, als gesamte Luftfahrt und Schifffahrt zusammengenommen. Diese Angebotsverknappung ist gegenwärtig unter anderem auch ausdruckfehlender Investitionen. Preisverfall-Situationen hatten wir 2008, 2009. Wenn damals nicht die Volksrepublik China mit ihren Rohstoffeinkäufen, mit ihrer Lokomotive der Weltwirtschaft sozusagen angezogen hätte, wäre es vielleicht ein dauerhafter Preisverfall gewesen. Der nächste kam dann 2014. Interessanterweise trotz schwierigster geopolitischer Situationen, ich erinnere an die Ukraine-Krise, Ukraine als wichtiges Transitland, an die Erklärung des islamischen Staates, die Auflösung der irakisch-syrischen Grenze für zwei, drei Jahre, die vielen Terroranschläge jener Zeit. Und wir hatten dann noch einmal einen Preisverfall, den wir alle in guter Erinnerung haben, vom Frühjahr 2020. Hinzu kommt, neben dem Preisverfall, der sozusagen Firmenentscheidungen dann zögern lässt, haben wir vor allem im Offshore-Bereich schon vor 10, 12 Jahren gesehen, der massive Druck der öffentlichen Meinung. Klima- und Climate-Change-Bewegungen sind seit drei Jahren jetzt im Aufwind. Ich werde über diese noch ganz kurz sprechen. Wir haben aber auch einen Druck der Justiz, siehe die Entscheidungen Bundesverwassungsgericht Karlsruhe in Deutschland, Amsterdamer Gericht, das im Juni Royal Dutch Shell verurteilt hat zu einer Emissionskürzung. Und derartige Strafrechtsverfahren gegenüber Konzernen sind immer mehr im Werden, mit vielleicht noch unabsehbaren Folgen, auch für das Management und Unsicherheiten Sonderzahl. Hinzu kommt der normative Druck der Europäischen Kommission, was 2020 angekündigt wurde, an Verpflichtungen, wir werden sehen, wie der Gesetzgebungsprozess wird, was der Europäische Rat dazu sagt und wie das dann auch wirklich umgesetzt werden wird auf nationaler Ebene. Bis dahin, glaube ich, wird sich politisch, innenpolitisch in vielen Staaten noch sehr, sehr viel tun. Die Erdölindustrie benötigt derzeit für die nächsten sieben Jahre um die 500 bis 55 bis 600 Milliarden Dollar pro Jahr an Investitionen, um die erwartete aktuelle Nachfrage abzudecken. Wir haben eine tägliche, also wenn man sich die OPEC-Berechnungen ansieht, wurden nach unten revidiert, was die Zukunftsentwicklung anbelangt, weil wir können sozusagen Daumen mal Pi sagen, es bewegt sich um die 100 Millionen fast pro Tag, die doch produziert werden müssten in irgendeiner Form mit einer Ausfallskapazität von ein paar Millionen, die vor allem Saudi-Arabien bislang immer zur Verfügung gestellt hat. Und diese Nachfrage abzudecken, sozusagen auch wenn die globale Energiewende voll im Gange ist und sogar noch beschleunigt wird, aber dennoch, über 50 Prozent des Energieverbrauchs der nächsten 20 Jahre werden weiterhin aus Fossilien wie Erdöl, Erdgas und auch Kohle kommen. Ja, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, eben das Geld wird immer noch mit Fossilerförderung verdient. Ausbau der Explorationen. Das letzte Fass Rohöl, habe ich jahrzehntelang gehört, wird aus Saudi-Arabien kommen. Das muss so nicht sein. Die OPEC-Investitionspläne der 13 OPEC-Mitglieder, was eben Ausbau von Upstream, von Feuerkapazitäten anbelangt, gehen nach unten, dramatisch nach unten. Hat auch da und dort viele innenpolitische Gründe. Es könnte sein, dass das letzte Fass Erdöl, Rohöl, zum Beispiel in Russland produziert wird, weil die ganz große Ausbaukapazität dieser Tage findet in Russland mit dem Vostok-Eul-Projekt statt. Und das wiederum, das sind dann interessante geopolitische Veränderungen, die derzeit zu beobachten sind. Für diejenigen, die sich in der Erdölbranche vielleicht auch ein bisschen historisch bewegt haben, es gibt einen alten Spruch ostlich von Suez, westlich von Suez, das war immer wieder auch sozusagen Preisberechnungen, Angebotsdarstellung und so weiter. Vielleicht wird das zukünftig nord-nordwestlich von Suez heißen, weil neue Importeure sind da, die sind im pazifischen Raum, die sind nicht im transatlantischen Raum, die sind nicht in Nordamerika, die sind nicht in der nordwestlichen Hemisphäre, sondern die sind im asiatischen pazifischen Raum. Das ist Eurasien im weitesten Sinne, plus eben das, was man jetzt so schlechthin als Indo-Pasifik bezeichnet. Und war der Suezkanal die Route des 20. Jahrhunderts, vor allem auch für die Erdöltransporte und Warentransporte schlechthin, so sind die Nordwest- und die Nordostpassage durch die Arktis immer stärker im Gespräch, weil sie einfach auch der neuen Energieversorgung folgen. Das heißt, Projekte, die noch vor einigen Jahren gar nicht in engeren Betracht gezogen wurden, haben gesagt, wie bringen wir jetzt die Rohstoffproduktion von hier weg zum Kunden. Diese Projekte stellen sich heute anders dar, weil man eben auch an anderen Routen arbeitet und mit sehr, sehr viel Kraft. Das ist interessant. Im angelsächsischen Raum, in Russland, gibt es hier und auch in der Volksrepublik China gibt es zu dieser Debatte einen ganz, ganz anderen Zugang als im deutschsprachigen Raum. Also das ist immer wieder interessant, nämlich nicht erst jüngst. Das zieht sich auch schon über die letzten Jahrzehnte. Ein engerer Blick auf Deutschland mit der Stromwende, Mobilitätswende und jetzt die allgemeine Diskussion zur Rückkehr der Atomkraft. Die Atomkraft erlebte eine Renaissance. Das war schon 2009 ein Thema. Ist es jetzt noch, noch viel mehr? Deutschland verpasst sein Klimaziel eigentlich für 2030. Inhalt eines Briefs von deutschen Wissenschaftlern an die neue deutsche Bundesregierung, weil der Ausstieg aus der Atomkraft, so wie es sich im Moment abspielt, aufgrund der deutschen Gesetzeslage. In diesen Wochen werden weitere drei AKWs abgeschaltet werden und dann nächstes Jahr die letzten drei. Das bedingt einen Anstieg der Kohlestoffemissionen. Deutschland emittiert heute sehr, sehr viel mehr Kohle als vor der Energiewende von 2011. In der Europäischen Kommission gilt Nuklearenergie mittlerweile als grün. Ich habe noch gelernt, Atomenergie als Alternative, aber nicht als Erneuerbare. Und die Erneuerbaren sind sozusagen die Grünen, aber das sind jetzt sozusagen neue Begriffskategorien, verschwimmen und Thema ist natürlich hier die E-Mobilität. Wie will man diese äußerst ambitionierten Ziele, was den Ausbau der E-Mobilität anbelangt, umsetzen? Woher soll dieser Strom kommen? Und in meinen Augen ist es nicht nur um die Frage der Stromerzeugung, sondern ganz besonders die Frage der Stromübertragung, sprich der Netze. 2011, deutsche Stromwende, also ich habe sie immer als Stromwende, nicht als Energiewende bezeichnet, weil es ging wirklich um die Stromfrage, hat damals Kanzleramtsminister Altmaier, jetzt noch Geschäftsführer und Wirtschaftsminister gesagt, Deutschland will drei Stromautobahnen von Norden nach Süden bauen. Da ging es um mehrere tausend Kilometer neuer Leitungsstrecken, die eine Billion Euro kosten würden, also im Englischen trillion, eine Billion Euro, nur für den deutschen Stromausbau. Es ist aber auch eine verwaltungsrechtliche Frage, wie viele Kilometer Netzausbau sind wirklich rein rechtlich möglich, rein verwaltungsrechtlich möglich, da spreche ich immer von vielen Jahren, die dranhängen und die nicht so in dieser Form funktionieren. Frankreich mit seinem sehr nuklear geprägten Energiemix, 70 bis 80 Prozent der Stromerzeugung, kommen aus den über 50 AKWs Frankreichs, ist heute Weltmeister niedriger CO2-Emissionen. Dank eben der nuklear geprägten Stromerzeugung und die Regierung Macron, anders als noch die Regierung Hollande, will weiter stark in die Atomkraft investieren. Was passieren wird? Höchstwahrscheinlich innerhalb der Europäischen Union wird ein Überstimmen von Anti-Atom-Staaten wie Deutschland und Österreich und einiger anderer sein, zugunsten derer, die sagen, wir wollen in den Nuklearstrom hineingehen. Darf ich kurz fragen, der Zähler ist ausgefahren, wie viele Minuten habe ich noch? Weil ich sehe jetzt hier nicht mehr, wie viel Zeit mir noch bleibt. Der ist vor einiger Zeit... Noch 20 Minuten, perfekt, wunderbar. Danke sehr. Die Europäische Kommission ist in einer, wie soll ich sagen, rechtlich etwas schwierigen Situation. Gesellschaftspolitisch sind noch ganz andere Fragen, aber schauen wir uns einmal das Rechtliche an. Jeder Staat bestimmt seinen Energiemix auf Basis der europäischen Verträge, vor allem eben auch Vertrag von Lissabon, selbst. Der Energiemix ist eine nationale Kompetenz. Und daher rührt auch die Tatsache, dass eben, siehe Frankreich, hoher Nuklearanteil an der Stromerzeugung, Staaten wie Bulgarien, Tschechien, Polen sehr, sehr starken Kohleanteil. Also der Energiemix, da wollte man auf supranationaler Ebene, Brüssel, keine Eingriffe tätigen, weil man weiß, und die sehr, sehr unterschiedlichen Traditionen, und in der Gestaltung des Energiemixes mit all dem, was auch gesellschaftspolitisch dazugehört. Das ist der Rechtszustand, das ist die Rechtsgrundlage. Auf der anderen Seite haben wir von Juli dieses Jahres die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, die Nettoemissionen bis 2030, um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 zu verringern und damit zum klimaneutralen Kontinent zu werden. Das heißt, hier wird auf supranationaler Ebene sehr, sehr stark in diese nationale Kompetenz Eingriff genommen. Wie sich das dann tatsächlich, in meinen Augen spießt es sich, wie sich das sozusagen wieder austarieren lässt, wird sich weisen. Ich glaube, es wird hier innerhalb der europäischen Institutionen und nicht nur eben jetzt auf Ebene Klimapolitik, werden noch sehr, sehr viele Splitter fliegen. Es wird zu Überstimmungen kommen, es wird zu hohen Emotionen kommen, die öffentliche Meinung und so weiter. Und das, was heute schon die Industrie trifft, also da gab es vor einigen Wochen eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammertags, gesagt, die deutschen Strom- und Gaspreise nehmen den Spielraum weg für Zukunftsinvestitionen. Also die Unternehmen zahlen im Moment schon, deutsche Unternehmen zahlen das Doppelte von ihren französischen Mitbewerbern. Und das trifft die Unternehmen gewaltig. Die Mittelständler in Deutschland, die für dieses Jahr noch nicht ihre Strom-Einkäufe getätigt haben, sind sich teilweise mit einem Plus in der Strombelastung von plus 60.000 Euro pro Gigawatt ausgesetzt. Und wenn ich jetzt von den Unternehmen weggehe, auf die individuelle Ebene, ich habe das in meinem Buch die Mobilitätswende auch in einem Kapitel so getan, in jedem deutschen Auto liegt auch eine gelbe Weste. Sie erinnern sich vielleicht an die Proteste, die umfassenden Proteste des Jahres, also Herbst 2018, vor drei Jahren, statt begonnen im November, die die Regierung Macron gewaltig gebeutelt haben. Also die Präsidentschaft Macron, die Regierung Edouard Philippe damals. Und dass interessanterweise jetzt die französische Regierung, ganz anders als viele andere EU-Regierungen, sehr rasch eine Deckelung der Gaspreise getätigt hat im September noch. Sehr rasch Haushälte, die schwächer sind, mit Unterstützungszahlungen versucht zu stützen, weil man einfach um diese gesellschaftspolitische, soziale Komponente sehr, sehr wohl Bescheid weiß. Also ich verweise auch immer wieder darauf, die Revolutionen des 18. bis 20. Jahrhunderts haben immer stattgefunden unter dem Titel Wir haben Hunger, gebt uns Brot. Und dann kam es zu Umbrüchen, ob das 1789 oder 1917 war. Die Revolution in unserer Zeit, ob das jetzt die Gelbwesten sind, ob das Proteste wegen Treibstofferhöhungen in Ägypten oder sonst wo sind, Die Proteste unserer Zeit finden statt unter dem Titel zu teure Mobilität, mangelnde Mobilität. Ja, das habe ich schon besprochen. Die Energiekosten für drei Viertel der Betriebe sind wie gesagt in Deutschland ein großes Problem. Wenn man so hohe Energiekosten hat, wie das eben in Deutschland im Moment für die Firmen der Fall ist, was tut man? Man stellt zurück Investitionen in Klimaschutz beispielsweise. Man reduziert Forschung, man stellt sich eben auf, man versucht zu überleben sozusagen auf Sparflamme. Und wir sehen, dass die hohen Kosten, die in Deutschland unter anderem sich über die Energieumlage, viele, viele Abgaben ergeben, dass die letztendlich wiederum den Forschungszielen und einer Energietransition in keiner Weise von Vorteil sind. Die Beschaffungskosten, die Netzentgelte, die Frage in der EEG erneuerbaren Energieumlage und deren Abschaffung, das sind Themen, die auch für den Koalitionspakt in der neuen Regierung entscheidend sind. Die neue Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz wird meines Erachtens sicher nicht das, was in den letzten zehn Jahren an Energiewende in Deutschland passiert, wird es in irgendeiner Weise wieder rückabwickeln. Die Frage ist, wie geht sie aber mit der sozialpolitischen Dimension des Ganzen um? Das wird meines Erachtens eine der wirklichen großen Herausforderungen vielleicht schon für diesen Winter sein. Der Ruf nach mehr Langfristigkeit für Lieferverträge, nicht nur für Erdgasverträge, sondern auch bei Grundsturm, bei Erdgas wird immer lauter. Das heißt, weg von diesen kurzfristigen Spannen, weg von dem Spot-Market, den man erst unter dem Titel der Liberalisierung in den letzten Jahren entstehen ließ. Ja, sogar der Ruf wurde, ich habe es heute in der Früh kurz gelesen, wird schon da und dort diskutiert in Großbritannien wieder, eine Renationalisierung, eine Verstaatlichung des einen oder anderen Energiebetreibers, weil einfach im Moment so viele die Insolvenz abanmelden aufgrund eben der Kleinheit vieler Energieversorger, die die Strompreise nicht weitergeben können. Hinzu kommt, im gesellschaftspolitischen Sinn, das meines Erachtens sehr, sehr im Auge zu behalten ist, wenn man etwas politisch denkt, die Radikalisierung der Klimaschützer. Ich habe das selbst in zwei Debatten erst vor kurzem erlebt. Da wird ganz klar gesagt, von seriösen Mitdiskutanten in einer TV-Debatte, wenn nicht der Klimawandel so stattfindet, also wenn nicht der Klimaschutzpolitik so stattfindet, wie wir uns das vorstellen, dann zieht euch warm an, weil dann kann es zur Militanz kommen. Und das alles hat medialen Zuspruch, interessanterweise. Also Fridays for Future, eine Bewegung, Extinction Rebellion ist die militanterere. Einige der Vertreter dieser Bewegungen sagen auch, ich zitiere hier, es ist legitim, Pipelines und Kraftwerke zu sabotieren. Sabotage von Energieversorgern als Notwehr. Das sind Themen, die, wie gesagt, ich selbst auch in TV-Debatten erlebt habe. Und das sind keine Randthemen. Was wurde in Glasgow erreicht oder nicht erreicht? Wie gesagt, ich sage es jetzt mal aus diplomatischer Sicht und diplomatisch ist hier nicht wohlwollend gemeint, sondern im Sinne von die Vertragsstaaten, und das sind doch fast über 190 Staaten, die hier sich noch einmal treffen und sagen, wir wollen sozusagen an einem Strang arbeiten, haben miteinander gearbeitet, sie haben zumindest einen Konsens erzielt. Es ist nicht ein Desaster wie in Kopenhagen 2009. Und der Nord-Süd-Graben, der immer da ist, die Frage, dürfen wir uns auch entwickeln im Süden oder müssen wir jetzt alle sozusagen eure Vorgaben, wie viel wir fahren, wie wir essen und so weiter, in Betracht ziehen. Dieser Nord-Süd-Graben war 2009 gewaltig in Kopenhagen, hat damals zum totalen Desaster geführt. Das war diesmal nicht. Die Kritiker sagen, naja, wir sind immer noch in der Kohle und wir werden in der Kohle bleiben. Ja, es ist nur ein Facing-Down, nicht ein Facing-Out, aber ein Konsens war zumindest da, wenngleich auch viel PR. Energietransformation in den USA geht nur mit der Volksrepublik China, wenn es um Rohstoffe geht, wenn es um die Herstellerprozesse geht. Das Infrastrukturpaket von Präsident Biden sieht vor, dass 90% der Stromerzeugungen in den USA aus Wind und Sonne bis 2050 erfolgen sollen. Das bedeutet beispielsweise im Bereich der Photovoltaik, woher sollen diese Rohstoffe kommen, die ich für die Photovoltaik brauche. Ich erinnere, vor zehn Jahren, im September 2011, sperrte das letzte große Photovoltaikwerk in Deutschland zu, infolge der chinesischen Konkurrenz, die da war. Dieser technological edge, auf den man immer sehr stolz war, in der EU insgesamt, in Deutschland ganz besonders, der ist schon lange weg. Der ist meines Erachtens seit spätestens 15 Jahren dahin. Und die ursprünglich sehr gut gemeinten, sehr ambitionierten Projekte, die beispielsweise auch unter der Schröder-Fischer-Regierung entstanden sind, Green Jobs im Jahr 2000, alles in diese Richtung gezielt. Das ist ja nichts Neues. Das hat ja mittlerweile auch ein gewisses Alter auf dem Buckel. Da ist vieles von den damaligen Rechnungen nicht aufgegangen. Und das sollte man vielleicht, glaube ich, auch, man muss ja nicht sehr historisch denken, man muss wirklich eigentlich nur zurückgehen in die letzten 10, 15 Jahren, um zu sehen, welche Ziele einfach nicht aufgegangen sind. Unter anderem auch Arbeitsplatzbeschaffung. Also Arbeitsplätze werden abgebaut durch den Ausstieg aus den Fossilen und Arbeitsplätze werden nicht im selben Umfang aufgebaut im sogenannten grünen Bereich. Das ist auch ein Faktum. Was wurde aus der Schiefergas-Revolution, wenn ich das vielleicht ganz kurz noch einbringe, weil das war das Thema, das uns spätestens seit 2010 stark, stark bewegt hat. Meines Erachtens ist es nur eine Revolte geblieben. Wir können gerne vielleicht in der Debatte noch darauf eingehen. Aber die Rolle der USA ist natürlich nicht nur eine, dass sie von einem wichtigen Importeur zu einem wichtigen Exporteur in diesen 10 Jahren wurden. Die Rolle der USA ist einfach vor allem auch dadurch definiert, dass der US-Dollar im Rohstoffhandel diese dominante Rolle hat. Und dadurch, dass jetzt in 14 Tagen der US-Kongress wiederum die Schuldenebene neu anziehen muss, es ist das täglich größtes Mürmeltier-Situation wieder, wir haben sie fast quartalsmäßig, ist es vielleicht an der Zeit, neuerlich den Aufsatz von jenem chinesischen Zentralbank-Gouverneur zu lesen aus dem März 2009, der damals einen neuen Währungskorb klar forderte, gerade wenn es um Rohstoffhandel geht. Und wir sehen, wie sehr hier auch die Volksrepublik China, ob im Mitblick auf die Russische Föderation, aber auch andere Partner, aus dem Dollar bestimmten Rohstoffhandel aussteigt, in andere Bereiche. Es ist ein Thema in der Shanghai Corporation Organization, die eben ganz, ganz wichtig für Energie- und Sicherheitsfragen auch ihre Agenda setzt. Und es war zuerst auch ein Thema, das hat sich zumindest beobachtet, bei Debatten am St. Petersburger Wirtschaftsforum. Durchmischung des Währungskorbis für Rohstoffhandel ist ein Thema seit 15 Jahren und scheint jetzt da und dort immer mehr die Debatte zu erfassen. Das Fracking-Geschäft und dann noch einmal ein kurzes Wort zum US-Dollar, war vor allem ein kreditfinanziertes und die großen Insolvenzen im Fracking-Bereich, also unter den Schieferöl- und Schiefergas-Produzenten, begannen 2018, 2019, als der Preis verfiel. Und 2020 war natürlich ein entsprechendes großes Sterben in der Fracking-Zone. In der beiden Regierungen ist ein absoluter Ausstieg aus den Fossilen erkennbar. Stopp von Pipeline-Projekten, Stopp von Fracking-Projekten und dort, wo die USA einen Chip produzieren, exportieren sie es in den asiatischen Raum, wo die besseren Preise bezahlt werden und sicherlich nicht an Küsten in der EU, wie noch Trump sozusagen versprochen, gefordert hat und gesagt hat, baut LNG-Termineis, damit wir euch nordamerikanisches Schiefergas schicken anstatt russischem Erdgas. Und hier noch ein letztes Wort, weil es ein Thema ist, das vielleicht in der Debatte noch hochkommt. Ich glaube, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich sehe es nämlich jetzt leider nicht, weil hier kein Zähler mehr vorhanden ist. Wie viele Minuten habe ich noch? Fünf Minuten. Bitte? Fünf. Fünf, na perfekt. Dann kann ich dieses Thema noch ganz kurz ansprechen. Nord Stream 2, fertig gebaut seit einigen Monaten. In Betriebnahme ist abhängig von der Zertifizierung durch die Deutsche Bundesnetzagentur hier vor 14 Tagen ein Stillstand. Es geht um gesellschaftsrechtliche Fragen, die auch nicht zum ersten Mal vom Himmel fallen. Die sind schon die längste Zeit da. Es geht um das alte Thema des Unwundling. Und die Frage Unterschied, also trennen, rechtliche, wirtschaftliche Trennung zwischen Lieferanten und Produzenten. Zumindest auf dem Gebiet der Europäischen Union, dort, wo es zum Beispiel durch deutsche Hoheitsgewässer führt. Nord Stream 2 immer wieder in Erinnerung zu rufen. Nord Stream 2 ist die Erweiterung einer existierenden Pipeline, um einen dritten und vierten Strang. Nord Stream als solches, als Energieprojekt, wurde 2005 in Auftrag gegeben. Und 2017 kam es dann zu einem Konsortium, Nord Stream 2. Warum? Weil eine Nachfrage da war. Und dort, wo eine Nachfrage ist, muss ein Angebot geschaffen werden. Theoretisch hätte die Zertifizierung am 10.01.2022 über die Bühne gehen sollen. Dieses Datum wird nicht gehalten werden. Einige sprechen jetzt von April. Und Sie kennen die politische Auseinandersetzung. Wird sie gefüllt, wird sie nicht gefüllt? Was bedeutet das für den Winter? Was bedeutet es für die Beziehungen zwischen der Europäischen Union oder Deutschland und Russland im Besonderen? Ich habe das nur kurz noch eingebaut, weil ich glaube, es ist ein Thema, das uns jedenfalls beschäftigen wird und das eben auch noch eine geopolitische Sprengkraft hat. 2022, möglicher Angebotsüberhang. Also ich verstehe, warum die OPEC-Plus-Staaten hier vorsichtig sind. Ich gehe auch davon aus, dass sie zwischen heute und morgen nicht erhöhen werden, ihre tägliche Fördermenge Ausbau von 400.000 Fass pro Tag. Wir haben fehlende Investitionen für Rohstoffe auf allen Ebenen. Wir haben ein gesellschaftspolitisches Klima, das hochkocht. Noch einmal eben auch durch die Pandemie gefördert. Mehr Militanz, aber etwas, was meines Erachtens in vielen Regierungen noch nicht so wirklich überlegt wird, mit Ausnahme vielleicht der französischen. Starke Einbußen in der Kaufkraft. Was bedeutet das für die Menschen? Nicht nur Wut, meines Erachtens sind wir schon längst unterwegs in dem Bereich Verzweiflung. Wut kann man doch irgendwie kanalisieren, Verzweiflung ist nicht mehr kanalisierbar. Und das alles wird Auswertungen auf eine mögliche Mobilitätswende haben. Welche normativen Hürden kann ich dann dem kleinen Unternehmen noch in den Weg legen oder nicht? Meines Erachtens werden die Green Deal Ziele neu angepasst werden müssen, wenn man sozusagen nicht völlig die Bevölkerung hier verlieren will. Und wie es im Energiemarkt geopolitisch weitergeht, das wird sich wirklich in den allernächsten Monaten in diesem Winter zeigen. Theoretisch müssten wir mehr kooperieren. Und es ist ja auch im Interesse der Produzenten oder Konsumenten hier kooperieren. Aber die Konfrontation, die Zeichen sind natürlich auch immer wieder auf Konfrontation. Beide Optionen sind da. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Karin. Das war sehr informativ. Du darfst noch gerne auf dem Stuhl Platz nehmen. Wir nehmen doch noch zwei, drei Fragen auf, auch wenn wir mit der Zeit schon rüber sind. Aber das möchte ich den Zuschauern nicht vorwegnehmen. Es sind in der Tat schon einige Fragen eingegangen. Ich möchte die gleich stellen. Und zwar für mich eine sehr interessante Frage. Müsste ein höherer Ölpreis eigentlich nicht gleich bessere Chancen für alternative Energien darstellen? Weil man dann eben nach alternativen sucht. Ja, das hatten wir ja immer schon. Also das ist ja nicht das erste Mal. Das hatten wir ja zum Beispiel 1979. Damals war der Erdölpreis noch sehr, sehr viel höher als er heute, wenn man es jetzt sozusagen inflationsbereinigt sieht. Und deswegen ja auch der Preisverfall in den 80er Jahren, weil wir zwischen 1973 und 1979, damals vor allem getrieben von Henry Kissinger, wenn man so will, war Kissinger, Begründer der Internationalen Energieagentur, auch ich sage manchmal der erste große grüne Politiker. Und zwar grün, nicht aus klimapolitischen Überlegungen, sondern aus geopolitischen Überlegungen. Also das ist ja alles nichts Neues. Also man muss wirklich nicht weit in die Geschichte zurückschauen, man muss nur 40, 50 Jahre zurückblicken. Und wir hatten einen Ausbau von Alternativen, darunter der Nuklearenergie und einer Energieeffizienzausbau und so weiter ab 1975 ganz stark. Damals ja auch massive Investitionen in die Atomkraft. Und dann in den 80er Jahren ein Preisverfall, der auch vielfach begründet war. Natürlich auch durch die damalige Rezession, nicht vergleichbar mit der Rezession von 2008 oder mit der Rezession von 2020. Aber doch, dass es zu einem Preisverfall gekommen ist. Und das, was natürlich drinnen ist, wir haben immer wieder diese Volatilitäten. Und noch gehen über 50 Prozent der Erzeugung von Öl in die Mobilität. Und das, was ich vorhin aufgezeigt habe, ist, jede Form von Energiebedarf Rohstoffe. Und auch mein Lithium und Iridium, das ich brauche für Batterien, hat seine physischen Grenzen. Das bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht noch ein Punkt bezüglich dem Atomausstieg in Deutschland. Kann man jetzt im Nachhinein sagen, das war ein Fehler, um wirklich die CO2-Ziele zu erreichen? Der Ausstieg aus der Nuklearenergie in Deutschland verlief in mehreren Phasen. Es war unter der Schröder-Fischer-Regierung bereits ein sehr klarer Phasenplan vorgegeben. Und das hatte damals mehrere Motive, warum man aus der Atomkraft aussteigen wollte in Deutschland. Angela Merkel hat im Oktober 2010 diesen Ausstiegsplan verzögern lassen, auf Wunsch der deutschen Industrie. Und hat dann im März 2011 im Schatten der baden-württembergischen Regionalwahlen und des Desasters von Fukushima unilateral ganz kurzfristig diesen Ausstieg beschleunigt. Beschleunigt dahingehend, dass eben jetzt in diesen Wochen drei AKWs abgeschaltet werden. Und das ist ja die letzten, mit dem Ergebnis, dass Deutschland seit 2011 sehr, sehr stark in der Kohle drinnen ist. Also das heißt jetzt beschleunigen, Verfehler oder was auch immer. Ich glaube, man kann nicht aus allem aussteigen und in nichts einsteigen. Und ich beobachte da doch in Deutschland eine Art, wie soll ich es mal sagen, eine Art Palisadenzaun-Mentalität. Im Sinne von, wir machen das so und es interessiert uns nicht, dass wir in einem europaweiten Stromnetz drinnen sind, das von der Osttürkei bis ins Atlasgebirge in Nordafrika schwingt. Und da sind wir in einem Verbund drinnen. Da kann ich mich nicht hinter einem Palisadenzaun verziehen und dann sozusagen glauben, man kann mit selbstgestrickten Thesen die Welt... Also man müsste wirklich als Europa gemeinsam da eine Lösung suchen, nicht jedes Land individuell. Nein, nicht nur jedes Land individuell. Ich muss zumindest mit meinen unmittelbaren Partnern sprechen. Und das ist gerade in Deutschland zwischen 2011 und danach nicht in dem Umfang passiert, die so ein wichtiges Thema erfordert. Jetzt werden ja, glaube ich, 2030, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, werden ja die Verbrennungsmotoren verboten, zumindest die Produktion. Könnte man da nicht wieder ein gleiches Problem schaffen, als wir das eben mit dem Atomausstieg schon gesehen haben? Weil irgendwie müssen ja auch die Batterien geladen werden. Also wenn da nicht genügend Alternativen da sind, das macht doch keinen Sinn, wenn ich meinen Tesla mit Kohlenstrom... Ja eben, das ist ja das Thema. Genau das ist das Thema. Und da sind wir bei derselben Debatte, die wir schon mal in den 1970er Jahren hatten. Also das, was ich wirklich vermisse, ist, egal welcher energiepolitischen Frage, ein wirklich politisches Denken. Es ist ein kleines Segmentdenken und ich habe bei meinem Vortrag in den letzten 15 Jahren zu dem Thema, aber auch dann in meiner Rolle als Außenministerin, wenn ich auch über Energie mit Kollegen sprach, eines ganz stark vermisst. Jenseits dieser Sprechblasen, die man sozusagen auf seinen Texten vor mitgegeben bekommt von seinen Mitarbeitern, darüber hinaus sozusagen den größeren logischen Zusammenhang zu erkennen und politisch mitzudenken, ist mir kaum ein Kollege begegnet, der sich damit wirklich befasst und auskennt. Demnach ist es irgendwo auch erklärbar, dass eben solche Bewegungen dann eben entstehen von jungen Leuten, die eben sagen, hey, wir haben jetzt genügend gesprochen, wir wollen jetzt Fakten, also wir wollen jetzt Handlungen sehen. Kann man irgendwo nachvollziehen, klar, wenn Sie natürlich dann wirklich in Richtung Sabotage gehen, da bin ich absolut bei Ihnen, dass dann einfach eine gewisse Grenze überschritten wird, aber dennoch können Sie diese, ich sage jetzt mal, dieser Frust verstehen. Ja, absolut, den verstehe ich natürlich, weil Sturm und Drang, das ist Jugendzeit. Und ich selbst war 1980, da war ich damals 15 Jahre alt, bei meinem ersten Greenpeace-Diskussionsabend zum Abschmelzen der Polarkappen und mich hat dieses Thema seither irritiert und bewegt. Also es ist ja nicht so, dass man sich damit nicht in der Vergangenheit schon auseinandergesetzt hätte, aber es war ein Nischentwema. Im Jahr 1980 hat man kaum darüber gesprochen. Und ich verstehe natürlich diese, sozusagen, bin auch bei meinen Demonstrationen mitgegangen und habe mich auch sozusagen mit und habe mir auch meine Ideale versucht zu erhalten und eben nicht da jetzt in irgendeiner zynischen, rein materialistischen Betrachtungsweise die Dinge zu sehen. Ganz im Gegenteil. Aber ich muss konsequent sein in meinem Handeln. Und ich kann nicht jedes Monat zehn neue Klamotten bei einem Billighersteller kaufen gehen, aber den Stinkefinger sozusagen auf den Verbrennungsmotor zeigen und Radfahren aus Gründen, oder wer Radfährt sich dann sozusagen moralisch überlegen fühlt. Ich habe mir mein erstes Auto mit 30 zugelegt, weil ich vorher kein Geld dafür hatte. Und ich war in den 80er Jahren bereits als Radfahrerin in Paris unterwegs, wo das alles noch überhaupt kein Thema war. Aber ich bin immer Rad gefahren aus praktischen Erwägungen und nicht aus ideologischen. Und da sehe ich heute viel zu viel Ideologie, weniger Idealismus und vor allem viel zu wenig konsequentes Verhalten. Weil ich muss schon noch für mich verstehen, welche Energiemenge kann ich jetzt wirklich aus einem Korb Holz erzeugen, aus einem Sack Pellets oder aus einem Liter Rohöl. Und da musste man vielleicht in der Physikstunde noch einmal aufpassen, um die Energiemengel, die Brennwerte und so weiter richtig zu begreifen und auch zu wissen, dass es keine unschuldige Energieform gibt und dass auch mein Herumbewegen in sozialen Netzwerken auch Energie kostet. Und das ist, glaube ich, vielen einfach nicht bewusst, dass, wenn ich sozusagen im Tesla fahre und an der Tankstelle dann auch ein bisschen streame, dass mein ökologischer Fußabdruck als ach so moralisch erhabenes Wesen ein viel höherer ist als derjenige, der vielleicht mit einem sparsamen Diesel unterwegs ist und den nur braucht, wenn er ihn wirklich braucht und sich vielleicht am Abend mit einem Buch beschäftigt und nicht mit einem Streaming-Dienst. Noch eine ideologische Frage zum Abschluss. Was denken Sie, eine Welt ohne Rohöl? Wird es so etwas geben? Nein, schon aus dem einfachen Grund, das Rohöl wird ja nicht nur verbrannt. Ich brauche ja das Rohöl doch auch für die petrochemische Industrie. Wir haben ja im Moment auch eine Düngerproblematik. Wir haben Engpässe bei der Erzeugung von verschiedensten Zusätzen für die Düngererzeugung bis hin, wo dann einige schon warnen, wieder vor neuen Hungerproblemen. Ich habe die gesamte Petrochemie und die Pharmaindustrie. Ein Schweizer Pharmaunternehmer möchte, glaube ich, auch nicht auf rohe Öl als einen wesentlichen Grundstoff seiner Industrie sehen. Und daher geht es natürlich nicht ohne Öl. Und es ist gegenwärtig, was das rein gesellschaftspolitische anbelangt, die Frage, was kann ich der Bevölkerung unter den aktuellen Umständen an normativen Zwängen noch zumuten? Das ist für mich die Frage, die sich unter anderem stellt. Karin, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, du findest... Ja, ich finde den Weg wieder. Sehr schön, danke dir vielmals. Alles Gute und einen schönen Nachmittag noch. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017